Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Am nächsten Montag ist Valentinstag. Ein Tag, wo der Liebe und der Freundschaft aber auch den Blumen gewidmet ist. Eine gute Gelegenheit also, sich für all das zu bedanken oder das auszudrücken, was vielleicht sonst ein bisschen in der Hektik vom Alltag zu kurz kommt. Wir haben für Sie einen Strauss in der schönsten und zartesten Frühlingsfarbe zusammengestellt, die so richtig gut zur Stimmung von diesem Tag passt. Und damit Sie sich dann auch recht lang an Ihrem Strauss freuen können, habe ich Ihnen ein paar Pflegetipps. Alle Blumen ausser der Nosterglocken sollte man vor dem Einstellen etwa 2 cm anschneiden. Die Vasen dann nicht zu fest mit Wasser füllen, 5 cm langen die Vorung und unbedingt die Schnittblumen-Nahrung, die wir jedem Strauss gratis mitgeben, beimischen. Denken Sie daran, das Wasser jeden Tag ein bisschen aufzufüllen und wenn Sie den Strauss über die Nacht an einen kühlen Ort stellen, heben Sie ihn noch mal länger. Wir finden übrigens, dass auch ein schöner Valentinstrauss nicht alle Welt muss kosten und offerieren Ihnen für nur 12,90 €. Blumen ideal, um jemandem damit eine Freude zu machen, warum also nicht sich selber auch mal damit verwöhnen. Verwöhnen lassen kann man sich auch anders, zum Beispiel mit einer Reise. Wenn Sie also von Schnee und Kälte genug haben, dann machen Sie es doch so wie Zugvögel auf dem neuen Reiseprospekt von Goop Extra Reisen, fliegen Sie an die Sonne auf eine Trauminsel im Mittelmeer oder in den Karibik. Im neuen Prospekt hat Goop Extra Reisen wieder ein reich gespickt und vielfältiges Angebot zusammengestellt und lässt Sie ein zu Ferien in Israel, Sizilien oder auf Kreta oder zu einer Reise in fernen Osten oder auf Amerika. Für ausführliche Informationen verlangen Sie am besten den neuen Reiseprospekt bei Goop Extra Reisen unter der Gratis-Telefonnummer 155 11 14, die heute Abend noch bis um 9 Uhr besetzt ist. Sie kennen niemanden, der Ihnen beim Waschen und Glätten hilft? Wir schon! Also mit Waschen und Bügeln hatte ich keine Zeit zu verblötenen. Und genau darum wasche ich mit dem neuen Niaxa Compact. Die Wäsche wird sauber und dank der neuen Bügelhilfe ist mein Hemd schon halb gebügelt. Ich stehe aufs neue Niaxa Compact nicht zuletzt wegen dem Nachfüllbeutel. Niaxa Compact, das Wäschmittel für weniger Bügelstress. Niaxa, und die Sache ist gebügelt. Praktisch so eine Wäsche- und Bügelhilfe und bei uns jetzt erst noch zum Aktionspreis erhältlich. Hart zum Dreck, aber sanft zum Dekor. Fairy Ultra, das neue Compact-Pulver für den Geschirrspüler. Brauchen Sie immer noch ein herkömmliches Geschirrspülmittel? Wechseln Sie doch zum doppelt konzentrierten Fairy Ultra. Ohne angriffige Stoffe, ohne Phosphat, ohne Chlorbleiche. Und weil es doppelt konzentriert ist, brauchen Sie nur die Hälfte. Neu. Fairy Ultra. Die umweltgerechte Wahl. Auch das neue Fairy Ultra offerieren wir Ihnen jetzt zum Aktionspreis. Ja, und was braucht es mehr für sauberes Geschirr? Seit einiger Zeit werden die Coop Cornflakes in einem materialsparenden Beutel und nicht mehr in den Schachteln angeboten. Weil es uns interessiert hat, was unsere Konsumentinnen und Konsumenten von dieser Umstellung halten, haben wir die Coop Konsumentenschüri das mal zu diesem Thema befragt. Da sind die meisten Antworten. Ein grosser Teil schreibt uns, die Cornflakes von Coop bleiben länger genusprig, nachdem man sie mit Milch übergiesst. Die schöne goldige Farbe kommt gut an und Cornflakes sind weniger süss als andere. Man kann ja immer noch nachsüssen, je nach Geschmack. Viele Konsumentinnen und Konsumenten finden die Verpackung, den Beutel, super, weil es eben weniger Abfall gebe. Stichwort Abfallgebühr. Auch da wird die Verpackung positiv beurteilt und man ist überrascht, wie gut die Cornflakes im Plastikbeutel geschützt sind. Ja, und zu guter Letzt ist ein Argument natürlich immer wieder der günstige Preis, oh ja, bestimmt auch überzeugt. Vielen Dank wieder allen Mitgliedern der Coop Konsumentenschüri fürs Mitmachen. Wir freuen uns natürlich, dass unsere Cornflakes so gut abgeschnitten haben und Ihnen möchte ich jetzt ein paar besonders günstige Angebote von der nächsten Woche nicht vorenthalten. Zum Anfangen an den Coop-Preisabschlag. Coop Dessert, Gräume, Vanille oder Schocke kostet nur noch 1,50. Bei Coop bekommen Sie 600 Gramm Goldstarr-Bachhofenfritt über für nur 2,50. 6 Dosen Katzenarie-Boulette kostet nur 3,90. Das Techstar-Kindersweatshirt offerieren wir Ihnen schon ab 15 Franken und die dazu passenden Jeans ab 17 Franken. Im Coop-Restaurant kostet geschmorte Kohlroulade mit Salzherdöpfchen nicht einmal 10 Franken, nämlich nur 8 Franken. Warum also nicht ab und zu mal im Coop-Restaurant essen? Bei diesen Preisen ist ja wirklich nicht einmal selber kochen günstiger. Das wäre es für heute. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.